Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Dienstag, der 11.12.2018 um 6.18 Uhr. Wir haben seit, ja, keine Ahnung, 3-4 Uhr Dauerregen bis heute Abend. Das bedeutet, ich werde heute nicht das Fahrrad verwenden, sondern werde zu Fuß, Schrägstrich mit dem Bus, mich ins Büro und auch zurück bewegen. Das kommt mir aber auch ganz gerecht, weil ich heute zwei Päckchen noch zum Post bringen möchte. Und, ja, dann gucken wir mal. Dann sind wir hoffentlich relativ früh heute im Office. Vielleicht schon 6.45 Uhr, vielleicht auch erst um 7 Uhr. Wir gucken mal, aber deutlich früher als gestern. Gestern war ich erst 7.45 Uhr da. Da habe ich ja ein bisschen gebummelt. Und jeden Tag ein bisschen früher müsste eigentlich dann morgen so 6.30 Uhr sein. Mal gucken, ob es mir gelingt. Ja, wir haben gestern ein bisschen Fortnite gespielt. Äh, entgegen aller Erwartung, äh, kein Witcher und auch kein Fallout. Fallout werde ich am Freitag spielen. Äh, Fortnite habe ich gestern zuerst alleine und dann zusammen mit dem Max-OK gespielt und es hat echt Spaß gemacht. Also, wir sind gut vorangekommen, haben ein bisschen gelevelt, haben ein bisschen, äh, gespielt und gebaut und ich habe viel gelacht. Äh, Max hat viel geschimpft. Nein. Äh, aber ich glaube, das war schon sehr angenehm. Vielleicht mehr angenehm für mich als für den Max, weil der muss mich da immer so ein bisschen durch die Level schleifen oder durch die Kämpfe. Aber, das passt schon, würde ich sagen. Das passt. Ja, und dann habe ich bis halb acht gemacht und dann habe ich noch, äh, Wäsche gemacht und den Ant-Man 2-Film zu Ende geguckt. Und, ja, jetzt ist es schon wieder nächster Tag und, äh, weiter geht's, weiter geht die wilde Fahrt. Äh, acht Arbeitstage noch dieses Jahr und dann heißt es erstmal zweieinhalb Wochen, äh, frei. Und da freue ich mich schon riesig drauf. Ja, rasieren müsste ich mich auch mal wieder, das werde ich dann heute nach der Arbeit bzw. morgen früh machen, denn morgen Abend geht's ja, wie gesagt, auch die Weihnachtsfeier, da will ich einigermaßen normal aussehen. Äh, ja. Heute kein Stream, morgen keinen Stream, weil ich morgen nach der Weihnachtsfeier auch noch zu Benni fahre nach Hause und zusammen mit Germaine und Benjamin den, äh, äh, ja, äh, na, Avengers-Film schaue und, äh, ja, dann wird's irgendwie relativ spät werden. Am Donnerstag weiß ich noch nicht, ob ich es hinkriege zu streamen, aber ich denke nicht. Ich werde mir den Tag dann auch noch streamfrei nehmen. Und am Freitag, äh, geht's dann, äh, weiter mit, wie gesagt, Fallout 76, so ein bisschen alleine durch die Welt reisen. Ja. So, das ist es von mir. Habt einen wunderschönen Dienstag, kommt gut durch den Tag. Äh, drückt mir mal die Daumen, dass ich irgendwann in Kürze wach werde. Und wir lesen uns wie immer in verschiedensten sozialen Netzwerken und bis dahin eine schöne Zeit. Und bis spätestens morgen beim nächsten täglichen Vlog. Tschüss.